Hey, 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 hey! Leg die Beine auf! Nochmal! Ja, aber du bist fast durch jetzt dann. Ja, aber du bist fast durch jetzt dann. Ja, das hat gepasst, glaube ich. Mit den anderen. Wie geht's denn dann weiter? Man könnte auch schon irgendwas sagen, aber Wilhelm... Wie geht's denn dann weiter? Also schönen Gruß aus dem Studio. Lisa beendet. Wie geht's denn dann weiter? Wilhelm und ihr getan.